In diesem Erklärvideo zeige ich euch, wie ihr Rockwell herunterladet und installiert. Rockwell ist ein Freeware-Modellband-Steuerungsprogramm und kann für alle Anlagengrößen eingesetzt werden. So kann man seine Anlage komplett, automatisch und per Zufall steuern. Zudem habt ihr viele zahlreiche Extra-Funktionen, wie eine Lichtsteuerung. Damit ihr Rockwell betreiben könnt, benötigt ihr eine Digitalzentrale wie die Central Station von Märklin. Um Rockwell herunterzuladen, geht ihr auf die offizielle Webseite oder öffnet einfach den Link im Beschreibungstext. Auf der Rockwell-Seite findet ihr Links in der Navigation den Punkt Download. Darunter wählt ihr euer Betriebssystem. Ich zeige euch das mal mit Windows. Es öffnet sich nun eine neue Seite. Auf dieser wählt ihr unter eurem Betriebssystem die Datei aus. Unter Windows gibt es beispielsweise eine 32- und 64-Bit-Version, je nach eurem System. Nach dem Speichern der Datei führt ihr das Rockwell-Setup aus. Es öffnet sich ein neues Fenster. Hier drückt ihr erneut auf Ausführen und wählt den Speicherort des Programms aus und drückt dann auf Next. In den weiteren Einstellungen wählt ihr Desktop-Icon für ein Desktop-Symbol aus. Dann könnt ihr zwischen dem Demo- oder Wikiplan auswählen. Empfehlenswert ist der Demo-Plan. Nun wählt ihr SVG Teams und SVG User Teams aus und drückt dann auf Next. Es kommt eine Zusammenfassung, die ihr mit Install bestätigt. Ja und jetzt müsst ihr einen kurzen Moment warten, bis das Programm installiert ist. War die Installation erfolgreich, entfernt ihr noch den Haken bei ViewReadMe.txt und drückt auf Finish. In manchen Fällen muss man noch den Windows Defender bzw. das Antivirenprogramm deaktivieren. Ja, jetzt könnt ihr das Programm Rockview öffnen. Dies ist die Oberfläche von Rockwell. Nach dem Starten von Rockview ändert ihr zuerst die Spracheinstellung. Dazu geht ihr in der Navigationsleiste auf den Reiter View und wählt unter Language die Sprache Deutsch aus. Nach dem Auswählen der Sprache kommt ein neues Fenster, welches ihr mit OK schließt. Die Änderungen werden nach einem Neustart von Rockwell wirksam. Jetzt stellen wir noch ein paar Kleinigkeiten ein. Dazu geht ihr in der Navigationsleiste unter dem Reiter Datei auf Rockview-Eigenschaften. Auf der rechten Seite der Rockview-Eigenschaften gibt es verschiedene Einstellungen wie Blockkennung, Werkzeugleiste oder Tachometer. Eine Einstellung, die ihr auf jeden Fall ändern solltet, ist der Punkt Zeige-Lokbild im Block. Damit seht ihr später schneller, wo welche Lokomotive steht. Im linken Bereich gibt es Einstellungen über die Uhrzeit oder die Ansicht des Gleisplanes. Hier stellt ihr aber auch die Größe des Gleisplanes ein. Den CX- und CY-Wert solltet ihr erst einmal auf 50 bis 200 einstellen, je nach Größe eurer Anlage. Wenn ihr alle Einstellungen getätigt habt, bestätigt ihr die Änderungen mit OK. Und wie ihr den Arbeitsbereich festlegt oder eine Zentrale hinzufügt, zeige ich euch in einem anderen Video. Ich bin dr tão auf, bis jetzt immer noch ein, bis jetzt nicht so loslegen wie nicht. Untertitelung des ZDF, 2020